Herzlich Willkommen zu einer kleinen aber feinen Runde Endergames in Minecraft auf dem GOMI HD Server Ich spiele das Kit Tracker Der Tracker hat einen eigenen Tracker man sieht Leben und was für ein Kit der Gegner ist und fängt schonmal alles perfekt an So soll doch eine Runde beginnen 3 Dias am Start gleich los Kisten sammeln dann mal schauen wie weit hier wieder weitere 4 Dias schon 7 Dias kann ich mir schon ein Schwert machen und ein Dias Helm Mal schauen was die Runde so mit sich bringt die Zeit ist in 30 Sekunden vorbei Crafting Table bauen und schon haben wir unser Dias Schwert und unseren Dias Helm und unsere Gold Schuhe das war ein Start nochmal so ein Tracker ihr seht rechts unten 26 Blöcke entgegen er weg ich sehe auch was er ist aber er ist ziemlich schnell unterwegs und da ist die Wand das solle doch jetzt leichtes Spiel für mich sein und da ist er weggesnackt den ersten gegen habe ich schon und der nächste gegen 27 Blöcke entfernt 22 Blöcke ah er ist ein Chameleon das heißt er kann sich ah da hinten war schon wieder einer siehst hier Delfin solltet er doch er bringt mich um er hatte er hatte schon ein verzaubertes ein verzaubertes Dias Schwert aber wir sehen uns gleich wieder nach einem kurzen Cut dann hänge ich gleich eine Runde hinten dran bis gleich hey Leute hier bin ich wieder in der vorherigen Runde habt ihr gesehen wie schnell es bei mir gehen kann wie schnell eine Runde vorbei ist so diesmal versuche ich diesmal habe ich wieder das Kid High das Kid High ist unter Wasser ziemlich OP ich hoffe ich kann es einsetzen ich hoffe ich hier drei ja ein Eisenswert habe ich schon wieder wenn es hier da hinten sind Bäume dieses Kid das Kid High ist unter Wasser ziemlich stark wenn ich es richtig einsetze in der vorherigen Runde habt ihr meine schlechten PvP Skills gesehen und der fliegt seht ihr wie der fliegt da ist ein Cheater dabei ein schöner Cheater ich weiß noch nicht was es ihm bringen soll dieses Ge-Cheater immer auch wenn er dann gewinnt aber das habe ich noch nicht gesehen dass in Minecraft viele Cheaten und das finde ich die unterste Schublade aber ist ja nicht mein Problem jetzt so jetzt gehts los natürlich will der Cheater wahrscheinlich mich jetzt sofort weg snacken aber ich hoffe ich hoffe mal dass er mich in Ruhe lässt da hinten ist noch eine Kiste da ist noch ein bisschen was drin 5 Gegner bin mir in der Nähe 5 Gegner 6 äh na scheiße haben wir verschaut 60 60 Blöcke jetzt mal Q-Täten 11 Pfeile aber ich habe keine auch eine Blöcke ja gut gehen wir mal in den Kampf einfach mal dann sehen wir schon was passiert und ja das fand ich schon von mir oh ich bin jetzt wahrscheinlich vielleicht tot und kommt er mit mir ins Wasser ja er kommt mit mir ins Wasser steht hier unter dem Wasser Hei kriegt unter dem Wasser immer Lebensdreck dazu 19 Blöcke nächste kommt zu mir ins Wasser aber diesmal mit einem Eisenschwert das war mein Untergang aber wenn ich ihn von unten kriegt er nicht ja schau hin wieder von unten genommen und Todesherr und weggesnackt und weiter gehts jetzt kommt gleich der Nächste jetzt kommt gleich der Nächste in Wirke anziehen erstmal Dia Schwert bleibt der Nächste ich warte auf euch 52 Blöcke jetzt kann ich mir schnell 5 Fleisch habe ich hier noch 40 Blöcke 40 Blöcke 4 Dia 4 Dia 1 Eisenhower habe ich sogar auch 12 Blöcke der Nächste kommt zu mir ins Wasser wieder weggesnackt oh man läuft ja hier 24 Blöcke wieder mit dem Rücken ziehen hinstellen was hat der so Chunks werden nicht geladen und ja ihr seht was so ein Hai unter Wasser alles bezwecken kann erstmal eine Workbench bauen Workbench hinsetzen wieder schauen wo die Weite ginge 73 Blöcke Workbench hinsetzen wieder schauen 66 Blöcke so dann Dia Brustblatt Panzer Hose ja läuft 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 bei mir jetzt noch schnell Goldschuhe dann sind wir gut ausgerüstet können weiter in den Kampf ziehen jetzt nochmal kann ich mir sogar schon ein Level machen und mal schauen ob der hinterher läuft ja die Runde ist schon besser wie die vorherige wenn ihr seht was so ein Haikit alles im Wasser kann jetzt ist schon ziemlich OP die Klasse mal schauen ob der runter kommt setzen wir gleich an den Bogen ein mal schauen ob der Cheater eigentlich auch noch ein Lieb lebt der Cheater weiß gar nicht mehr wie er hieß ja 70 Blöcke ok das ist oh wer hat es in der entfernte ok jetzt mal was essen gehen wir mal gehen wir mal den Kampf über ok 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 das war das der der was fliegt oder das ist einfach weg geflogen oder ich kann mich auch ja ihr habt gesehen ich laufe jetzt mal nicht gegen was? was war denn das jetzt? oh riesen monster bug erstmal was essen scheinen ob er so viel eier hat und rüber kommt oh man hier seht ihr wieder meine super oh jetzt habe ich ihn getroffen da kommt sie mir ins wasser ich töte ihn jawoll heike doppi 97 blöcke 150 blöcke erstmal alles entfernen hier was unnütz ist oh man wieso habe ich jetzt sticks gemacht wenn ich das jetzt wieder wüsste warum ich jetzt sticks warum machte ich jetzt sticks das glaube ich weiß keiner so genau gut gehen wir wieder in den kampf viel gegner noch ihr seht es läuft echt ziemlich gut jetzt mit dem high kit und ja schauen wir mal ob ich ins finale komme wenn nicht ist auch nicht schlimm doch ist es schlimm ich will dieses scheiß spiel gewinnen wo ist der gegner wo ist denn da steht schon wieder so drüben kommt nur der ein und schauen wenn ich weglaube vielleicht checkt ihr nicht dass ich ein high kit bin da oben ist wir sind alle neuneinander wir sind alle neuneinander wir sind alle neuneinander wir sind alle neuneinander 29 blöcke von mir entfernt da ich habe mich wieder gesehen wo ist der jetzt komm doch endlich runter zu mir und jetzt bin ich mit ihm im wasser und und ist das wenn das jetzt auch ein high kit ist natürlich dann ist es blöd für mich und machen die grad team ja er ist down ich bin im finale oder oder mensch wie gut war das denn aber der hatte doch der hatte doch einen der hatte doch einen der hatte gar nicht die hose schnell die hose kommt zu mir 48 blöcke von mir entfernt was essen auf in den kampf mit der fast vollen tier ristung mal schauen ob die sich jetzt töten ich habe sie direkt in den kampf geschickt ja sie töten sich jetzt muss ich so schnell wie möglich dahin sie hat bestimmt nicht mehr viel leben meine güte ich habe es ins finale geschafft ja das war da waren wir am schluss jetzt hat es gesehen das waren wieder sehr sehr gute bogenskills von mir dabei ok 105 blöcke schnell man aufschärfe ein haltbar keins haltbarkeit 1 das schlechteste was es gibt nein das ist doch eine scheiße läuft der von mir weg oder was der lutscher der lutscher kommt nur her mal probiere ich mal eine wassertaktik marsch ist hier aber kein level mehr ah ich kann den level holen nur noch 22 blöcke es kommt zum showdown water water an land bin ich schlechter ah ich verliere jo da wollte ich zu viel also wenn es euch gefallen hat schreibt irgendwas in die kommentare was ich verbessern kann oder was wir verbessern können und ich würde mich über jeden daumen nach oben freuen also bis zum nächsten mal machs gut 2 8 8 8 14 14 Vielen Dank.